Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Unreal Tournament mit dem ProPlay und dem Corti LP. Wieder Deathmatch. In derselben Gruppe sogar noch. Ja. Moment, ist das Team Deathmatch? Wenn ja, das ist gerade total schwul. Nein, das ist kein Team Deathmatch. Gut, ich bin mit dem Venom direkt an einem Platz gestartet. Ja, ich hatte auch einen direkt vor der Nase. Oh, da ist schon wieder der Venom. Da ist der Corti. Ist mir egal, ich will den Corti. Was, ist er jetzt abgesoffen oder nicht? Nö. Ich bin vor dir geflüchtet. Venom hat mich wieder von hinten getötet, ey. Du stehst doch drauf, gäb's doch zu. Was ist denn da im Wasser, dass alle mal ins Wasser hüpfen? Okay, er hat sich jedenfalls selber mit ihm totgerissen. Das war's mir wert. Geht weg, ich... Alter. Was war da gerade los? Naja. Ich will dich töten, aber schießt als auf den anderen, ne? Alter. Ich werde von allen anderen getötet, aber... Das ist natürlich doof, wenn man mittendrin steht, ne? Dieser ist Gaylord. Kennst du auch den Gaylord-Focker? Ja, klar. Ne, warte mal. Hier ist bestimmt bestimmt irgendwo einer, der mich von hinten abschießen möchte. Der ist da, sich das mal nicht zu. Ja, ja. Sagst du immer und stirbst dann eh wieder. Boah, was hier abgeht. Ach, verdammt. Das ist mir noch ausgewichen. Alter, wie ich auf jemanden, der sich ganz langsam bewegt, immer daneben ziele. Ich habe gerade jemanden im Wasser getötet. Weißt du, wenn mich XF oder sowas töten, dann bin ich ja immer noch glücklich, ja? Der hat jedenfalls drauf. Solange es kein Korti ist, ne? Ja. Wobei wir gerade davon sprechen. Gut. Wir haben natürlich von drei Seiten gleichzeitig wieder, ne? Oh, Nova ist auch der... Boah, echt? Ja. Na, der Sache. Lasst mir den Droh play! Ich bin doch schon tot. Achso. Du bist lustig, aber ich bin schon wieder da. Frisch gespawnt, Raketen, der Verzackt, Korti, danke weg. Where did you get from? Äh, vom, vom direkten Spawn. Fuck. Alter Verwalter, das geht hier ab. Fuck. Da war eine Wand auf einmal zwischen meinem Raketenberg und meinem Ziel. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst. Findest du das Gefühl zu sterben? Ja. Gerade. X, F, 10, X. Wieso? Swaglord. Nova, mein Freund. Komm mal her. Komm doch her. Bleib doch hier, verdammt. Ja, ich klopp mich mit Nova, da kommt das Swaglord schon wieder um die Ecke. Junge, du hast keinen Swag. Der Droh hier irgendwo dabei. Ich weiß jedenfalls, wo jetzt Venom ist. Da war Nova. Ich war Vierter. Ich bin Fünfter. Ne, ich. Sechster. Sechster. Okay, wir haben gleich, wir haben gute Gleichstand. Sechster. Immer noch. Aber ich habe Nova getötet. Oh. Gut. Ich habe F10 getötet. Ja, und ich habe dich danach getötet. Und nochmal. Weil es doch so schön war. Komm, mach es doch nochmal. Ja, du bist da gerade auch schon wieder. Was? Wo? Ne, es ist XF10. Oh. Der Corti LP hat mich getötet. Wo warst du? Hinter dir. Oh, leck mich doch. Ultra-Kill. Oh, ich bin weg. Verdammt. Venom ist on a killing spree. Verdammt. Ja, ich klopp mich schon wieder mit Nova. Wer kommt ums Eck? Venom, XF10. Ja, Venom. Ja, was willst du dann? Den Kill. Hallo, leichter kriege ich keinen Kill. Das war jetzt eine Kampfansage, ne? Ah, verdammt. Das ist ja mein Kill gewesen. Boah, Leute. Ich spawne, ich sterbe. Ich spawne. Fuck ich doch. Wie viele Leichenteile hier schon? Zwei Minuten noch. Und. Ich bin weg. Na, komm, mehr. Schade. Venom hat mich getötet. Schade. Das war unser Duell. Das stimmt, wenn sie andere einmischen. Ja. Dabei hatte ich dich so fast echt... Komm, mit Nahkampf hätte ich dich beider klapp gemacht, oder? Äh. So, Venom. Verdammt, ey. Letzten zwei Minuten. Oh, Swaglord ist auch wieder mit dabei. Ich sehe gar nichts. Ich drehe mich nur und ballere. Und ich höre nur, wie geballert wird. Nova kommt um die Ecke. Hm. Oh, dass du mich nicht gesehen hast. Ich war dahinter. Wo ist denn hier die Party? Leute, wo geht denn hier die Party ab? Wo seid ihr denn schon da alle? Hier, da, und dort. Nova! Nein, er hat den Kill bekommen. Ich glaube es nicht. Das war nicht fair. Warum? Es ist ruhig. Viel zu ruhig. Nee, absolut nicht. Jetzt lauf doch mal meine grüne Suppe, ey. Ach, verdammt. Ich hab dich gesehen. Ja, ich dich doch auch. Ich hab dich doch gerade mit grün getötet. Nö. Nee? War ein anderer. Verdammt. Kill Leecher. Den Kill hast du nicht bekommen. Ich werde deinen Killing Spree... Oh, jetzt wollte ich den Killing Spree von Venom unterbinden. Verdammt, Nova. Mann, das war gerade der mit dem Killing Spree. Ich glaub's nicht. Oh. Habt ihr euch da gerade beide getötet? Ähm, bin ich mir wüstig, ob du sonst... Ja, gerade. Fuck, ich hab mich selbst getötet. Nein, ich will nicht fünfter sein. Lauf doch nach irgendwo eine grüne Suppe. Komm schon, komm schon. Overtime? Was? Ich weiß gar nicht warum Overtime, aber... Irgendwer ist noch nicht hundertprozentig erster. Smackdown, Darren, verdammt. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß. Wie wir. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ich sag wie immer, ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö. Danke fürs... Danke fürs Einschalten. Gehabt euch wohl und tschö. Gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.